Hätte der Innenminister auf die Forderungen der FPÖ, die bereits Mitte, Ende Februar, mit 22. Februar zum Beispiel Herbert Kickl, aber auch der Kärntner Landesparteiobmann Gernot Dahmann, die offenen Grenzen zu Italien in diesem Zusammenhang thematisiert hat, reagiert, dann wäre es zu dieser massiven Ausbreitung und Verschleppung nicht gekommen. Und sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir jetzt zum Minister Anschober kommen, darf ich noch ganz kurz auf den nationalen Schulterschluss eingehen, weil immer klarer wird, warum dieser nationale Schulterschluss von Seiten der Regierung so vehement gefordert wird. Nämlich, und zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man die Aussagen von Herrn Anschober beleuchtet, um die massiven Verfehlungen, auch von Seiten der Bundesregierung und die massiven Missstände teilweise zu verduschen.